Gekauft wird ein Heinz-von-Heiden-Winkel-Bungalow mit Doppel-Carport in einer Nebenstraße in Ketzin. Das Massivhaus ist mit einer teilüberdachten Terrasse, vier Zimmern, einer separaten Küche, einem Vollbad, einem Gäste-WC und einem Hauswirtschaftsraum ausgestattet. Die Wohnfläche beträgt ca. 143 Quadratmeter. Begleiten Sie mich auf einen kleinen Rundgang durch die Räumlichkeiten. Wir starten im großzügigen Wohnzimmer. Sollten Sie noch ein fünftes Zimmer, z.B. für Arbeitszwecke benötigen, dann könnten Sie das Wohnzimmer mittels einer neuen Innenwand teilen. Neben dem Wohnbereich befindet sich das Schlafzimmer. Die doppelflüglichen, zweifach verglasten Kunststofffenster zur Terrasse wurden alle bodentief gestaltet. Die Fußböden sind mit Fliesen oder Teppichboden ausgelegt worden. Darunter wurde mit schwimmendem Estrich gearbeitet. Die Räume werden über lackierte Plattenheizkörper erwärmt. Die Junkers Gasheizung ist aus 2002 und befindet sich im Hauswirtschaftsraum. Die Innentüren bestehen aus Holz mit einem Kunststofffurnier. Das Bad verfügt über zwei Waschbecken, ein Fenster, eine Wanne und eine Dusche. Die Einbauküche verbleibt im Haus. Eine kleine Frühstücksecke passt zusätzlich hinein. Im Hauswirtschaftsraum befindet sich der Waschmaschinenanschluss, der Elektrokasten und weitere Hausanschlüsse. Über eine gedämmte Bodeneinschubtreppe gelangen Sie auf den Dachboden. Das Gäste-WC mit Fenster befindet sich direkt im Eingang. Über eine zweifach verglaste Kunststoff-Außentür gelangen Sie in den Vorgarten. Sie haben Interesse an einer Vor-Ort-Besichtigung, dann schreiben Sie uns eine Mail über das Portal oder die Webseite. 条 для Dachboden. rika